Wie es gewisse Sachen hat, die ich in den anderen Läden nicht finde, in der Rappersmittler-Abteilung. Da komme ich extra hierher und es ist immer frisch. Die Leute kennen mich, die hier verkaufen. Ich werde immer mit dem Namen angesprochen. Der Blumenlade ist hier, der Blumen mit Stil. Das Ganze ist einfach stimmig.